Hör mal, jetzt falle ich aber wirklich vom Glauben mal ab. Hat einer gefragt, was man nach Moderation mit Nevermind und Destroyer bedeutet und so. Sag mal, kennt ihr die Gottväter, die richtigen Pop-Punk-Rocks nicht, die Sex-Pistols, Nevermind, Nevermind the Borgs und sowas und alles. Also, deswegen mache ich das alles und das Take Care of Yourself sollte man jeder Leute auf sich selber aufpassen. Also, genug Erklärung, Stay Pop-Punk, Nevermind, Destroyer, Goodbye, das haben sie auch immer gesagt. Take Care of Yourself, Guys.